Wir sind hier im IAI auf dem Campus Nord des KIT. Wir bilden seit rund 20 Jahren DHBW-Studenten in der Mechatronik aus. Das duale Studium mache ich, da es diese Praxisphasen hat. Hier ist es vielfältiger, weil es viele unterschiedliche Institute gibt. Hier haben Sie den Riesenvorsprung den anderen gegenüber, dass Sie am ersten Tag, noch vor der ersten Vorlesung, schon beginnen, praktische Probleme zu lösen. Diese Projekte, die man mitbearbeitet, sind meistens auf einem ganz hohen Level. Den Bereich der Mechatronik habe ich gewählt. Da es die verschiedenen Bereiche des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informatik miteinander verbindet. Da hat man natürlich noch die Möglichkeit, dass man seine Arbeit publizieren kann. Das geht auch, wenn man Student ist. Bei uns hat man auch Spaß. Ich kann jedem empfehlen, am KIT hier ein duales Studium zu machen. Es ist unglaublich vielfältig und man wird super betreut. Wenn du ein Mechatronikstudium aufnehmen möchtest, dann bewirb dich. Egal wie.